Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich in Quarantäne begeben. Im Anschluss an ihre Pressekonferenz am frühen Sonntagabend wurde sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie am Freitag mit einem Arzt in Kontakt stand, bei dem mittlerweile eine Ansteckung mit dem Coronavirus feststeht. Merkel hatte kurz zuvor gegenüber der Presse erläutert, ihr Arbeitsleben habe sich aufgrund der Ausbreitung des Erregers erheblich geändert und bestehe inzwischen hauptsächlich aus Telefongesprächen und Videokonferenzen.